Hallo ihr kleinen Shazer, mein Name ist Henno und ich bin Dämon. Wir spielen heute Welt Retro, einem Spiel, wo ein Dämon von drei Exorzisten bekämpft werden muss. Meine Aufgabe ist es dabei, die anderen Diener in meinem Anwesen aufzusaugen, damit ich stärker werde. Weil ich habe dann ein paar Fähigkeiten, zum Beispiel Leute erdrosseln oder an der Decke krabbeln. Hallo Mädels! Auf der anderen Seite gibt es die Exorzisten und Exorzistinnen, die wiederum haben unterschiedliche Tools, um mich vom Leib zu halten. Mit dabei sind Honeypoo, Kno und die liebe Milchpaar. Und ob die heute Erfolg haben werden, das sehen wir gleich, meine Lieben. Zuckerschnuten. Viel Spaß! Es geht los! Mein Haus wird angegriffen von irgendwelchen dummen Geisterjägern, so einem Priester und seine Freunde. Okay Mädels, holt euch alles, was ihr hier in diesen Dingern seht, in den Schränken vor euch. Am besten suche ich mir erstmal einen meiner Diener. Am besten ohne, dass mir das Gewitz rausflügt. Das passiert immer an und zu. Ihr habt doch jetzt unten eure ganzen Sachen im Inventar. Ja. Ja. Ich habe das Spiel auch noch nicht so richtig geschnallt. Ich weiß auf jeden Fall, wir müssen zusammenbleiben und ihr seht oben rechts seht ihr ja unsere Aufgaben. Du bist ja quasi die Medic, du kannst uns auch heilen mit der Pistole. Schieß mal auf mich. Sie hier. Die andere? Nein, aua! Die andere! Und? Die rote! Ja, so. Genau. Jetzt habe ich nämlich ein Schutzschild. In der Zeit kann er mich nicht angreifen. Die Spritze bitte auf ihn. Das ist ein mündiges Opa. Hier, du alte Oma. Jetzt wirst du besessen von mir. Und jetzt weiten wir uns unauffällig wie meine anderen Hausangesteten. Ich muss mich bewegen wie ein NPC. Entriegel die gepanzerte Tür mit dem Werkzeug. Kämpf gegen die bösen Geister im geheimen Raum. So, Leute. Wir müssen Leute umbringen. Ich bin den hier. Abfahrt. Holy shit. Hier rein. Hier rein. Jetzt ist sie knocked out. Und jetzt nehme ich deine Seele. Nein. 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 Hör auf. Gib mir deine Seele. Deine Seele. Der hat sich irgendwie jemanden geholt. Was? Der labt sich an seinen Followern. Wir sind immer noch undercover. Kann jeder von den Typen sein, die hier rumlatschen. Kann es auch sein. Hm. Okay, Häkel setz. Wenn wir den erstmal... So, jetzt mache ich mal das Licht aus. Ah! Du hatt. Habt ihr gehört? Ich kann die Lichter aufknitzen. Dich verzauber ich mal. Der ist jetzt verzaubert. Was macht der denn jetzt? Na, 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 na. Na, 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 na. Dieser. Ah! Holy shit, da ist er. Oh mein Gott. Das war die entriegelte Tür. Hinterher. Hinterher. Wo ist er hin? Ja, ich kann er. Da läuft er. Verbrennt die Hexe. Verbrennt die Hexe. Auf einmal kann Hedo ja ganz schnell laufen hier. Da ist er doch. Oh verdammt. Das war die falsche. Nein, sie sind ja wieder stärker. Oh, jetzt bin ich sauer, glaube ich. Und ich habe neue Kräfte. Poltergeist. Dann kriege ich schon hier so eine Piku verzaubern. Weißt du das? Hallo? Hallo? Da saugt schon wieder jemandem die Energie aus. Da oben, da oben, da oben, da oben. Raus aus meinem Haus. Raus aus meinem Haus, habe ich gesagt. Sonst freut euch alle Knochen. Oh, ich kann ja gar nichts machen. Aua. Ich mache den. Du verpiss dich jetzt hier aus meiner Stube. Raus, weil ich kacke von oben auf dich drauf. Willst du, dass ich auf dich drauf kacke von oben? Ihr falls bin denn. So, zieh erst mal alleine. Lauft, lauft, lauft. Kommt gern mit. Wir binden um. Man kann sich auch verstecken, ne? In dem Spiel. Ey, Mann. In dem Spiel, wo wir saßen, schon immer in der Ecke rum. Da habe ich mich nicht mehr bewegt. Oh, Leute. Ey, Mann. Mein Priester, der Brie, der redet die ganze Zeit. Er kommt nämlich hier rein. Ah, du und? Hallo, Migis. Nein, der kommt hin. Ich wollte eine kleine Party. Oh, oh, Leute. Oh, nein. Jetzt gibt's du. Ich kann es nicht aktivieren. Oh, Mann. Oh, shit. Oh, mein Gott. Jetzt krabbeln wir mal weg. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Die haben auf jeden Fall alle Damage bekommen. Licht haben die immer noch nicht wieder angemacht. Seemann kommt. Hallo. Machen wir Mädelsabend? Mein Gott, verpiss dich. Das ist so eklig. Holy shit. So, wo ist die Beute? Ich muss irgendwie Beute finden. Hier ist ein Keller. Abwarten. Wenn wir hier rumfallen, dann hört er uns auch. Wen höre ich? Pügelein Piep einmal. Was war das? Also. Servus. So, jetzt mal ab. So, jetzt mal ab. Hält, du Scheiße. Hä? Ich höre doch was. Hallo, ich habe euch Walter mitgebracht. Wollt ihr Walter sehen? Oh nein, ich habe dich gehört. Hallo, hallo. Ich habe dich gehört. Wo seid ihr denn? Leute. Oh, Gnubi, du. Leute. Leute. Leute, wo seid ihr denn? Hau ab. Hau ab. Oh Gott, Hilfe. Wovor rennst du denn weg? Ah. Scheiße, nein. So, jetzt werden wir erstmal ein bisschen massiv. Leichte Rückenmassage. Oh mein Gott, Hilfe. Ich bin gleich tot. Nein, bitte. Hau ab jetzt. Hau ab. Hau, Seid. Ich wette mit euch, die anderen verstecken sich gerade einfach nur. Nein, wir sind doch da. Sind... Hallo, hier. Hier heißen. Wo? Hier oben. Hier oben, Fenster, oben. Oh süß. Ich habe legit noch gar nichts gefunden. Jeix. Muss irgendwie in den scheiß Keller kommen. Oh, hier, hier bei mir. Hilfe, 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 Hilfe. Hallo. Nein, super. Kuckuckuck. Nein, nein, nein. Wieso kann ich das nicht auswählen? Oh nein, wieder eine Physio. Oh nein. Nein, du hast deine Freunde mitgebracht. Ich mache einen Abflug. Raus hier. Raus. Ich komme nicht raus. Ciao, ihr Loser. Erstmal heil ich mich. Yeah. Oh Gott. Was zur Hölle willst du von mir? Was denn? Ich habe es gefunden. Kämpfe gegen die bösen Geister. Oh, wie denn? Oh mein Gott, Hilfe, die töten mich. Ich bin tot. Ich bin tot. Warum sterben die? Sind die dumm? Ohne mein Zutun? Ich gehe meinem Keller lieber nachzauern. Was macht ihr meinen Keller? Was macht ihr meinen Keller? Was macht ihr meinen Keller? Nein, nein. Ihr macht den Abflug. Raus ist mein Haus. Scheiße, wie bekämpfen wir? Oh nein, der ist gestört. Ich glaube nicht, ja. Oh nein, der ist gestört. Oh mein Gott. Jetzt brauche ich die Scheiße aus dem Leib. Super. Was für eine dumme Scheiße, ey. Oh, den kann ich ... Oh, den kann ich ... Oh, oh. Oh, oh. Oh nein, nein, den müssen wir safen. Scheiße, ich habe ihn umgebracht. Das macht ihn nur stärker. Es tut mir so leid. Oh. Jetzt bin ich aber kräftig. Versteckt euch. Versteckt euch. Versteckt euch. Versteckt euch. Es ist jetzt unbesiegbar. Ab in die Schränke. Ich muss auch in die Schränke. Durch die eigene. Durch die eigene Schränke. Portal. Und rein direkt. Äh. Wo sind die? Sehen Sie oben? Hallo? Ich höre doch hier was. Hier ist doch was. Hier im Raum. Hallöchen Mädel. Ist es beim Schrank? Nein! Ich höre ihn! Hilfe! Hilfe! Oh! Oh mein Gott. Ich bete die ganze Motherfucker. In die Sch Колst auf. Jetzt regnet der Schrank auf. Okay. It hier ist wichtig. Ich bin jetzt zum Doctor. Was das war wirklich leer? Horst du Holiday? Boah, das hat ja gar kein Damage gemacht! Aua! Dafür wirst du wüßen! Die Honeypoo war das, die habe ich gesehen! Jetzt aber schluss mit lustig! Dann hagelt's! Ah! Jetzt seid ihr dran! Warum geht das nicht? So! Aua! 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 Was ist mit ihnen los? Verschwinden sie? Ich weiß nicht, er schaut einfach nur zu! Sag mal, sind sie jeckt? Das ist eine Gefahrenzone! Hallo! Sie können doch hier nicht einfach rumstehen im Kampfgetümmel! Ab an die Decke! Dafür stirbst du, du Knecht! Ich glaube, ich bring dir mal Unterstützung mit! Vielleicht können wir das YouTube brauchen, ne? So, wir drehen mal eine kleine Runde! Musst du auf Klo, Werner? Werner, jetzt mach doch mal Gassi! Du musst jetzt mal langsam Pipi machen! Hier an der Ecke mal schnuppern! Ich will einfach nicht Gassi! Hä? Oh! Hallo! Geh weg! Willst du Werner vielleicht helfen? Er hat einen Kreislaufkollaps! Dann hilf ihm gern mal! Du bist ja die Doktorin! Ich hau mal wieder ab! Hallo, ich helfe dir! Jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir hier mal klar Schiff machen, finde ich! Hey! Wer war das? Wollte ich mich viel dumm verkaufen? Ich mach hier grad nen Schrank kaputt! Frechert! Hallo! Ich seh sie! Ich muss hier kurz ein bisschen Energie gewinnen! Nein, bitte nicht schießen! Ey, jetzt reiß' ihn! Also, Rechert! Mit mir in Ruhe hier mal schön sein Altar hier auslutschen! So! Jetzt gibst du gerade ne kleine Puppe! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Jetzt müssen wir aber mal loslegen, finde ich! Gehs hier runter! Die sind selbst unten! Die tummeln sich immer nach Eingangshalle! Hallöchen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay, what the fuck. Ah, hinter uns, hinter uns, hinter euch, hinter euch. Hallo. So, du alter Knacker. Ihr kommt nicht gegen mich an. So. Nein, doch bitte. Oh nein. Ja. Vorhand. Rückhand. Wo ist er hin? Wie komme ich wieder hoch? Ah, hier geht's hoch. Okay, sind rechts. Jetzt muss ich schnell in ein offenes Fenster rein. Oh, Schubidu. Oh, Schubidu. Irgendwie, meine, meine Spritze gemacht nix. Schubidu. 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 So, weg mit dir. Oh, hoppala, mir ist mein Gebiss rausgefallen. Oh, Hilfe. So, jetzt gibt's eine Rückhand. Oh nein. Oh nein. Kein Problem, ich hol dich. Alles gut, Saving the Victim. Alles gut. Alter, was ist denn hier? Scheiße, ich krieg ja gar kein Damage. Ist ja übelgeil. Die können ja machen, was die wollen. Wisst ihr, was wir machen? Wir steigen jetzt hinten in das Auto und fahren weg. Scheiß drauf. Wie im echten Leben. Sollen sie sich schnell mal drum kümmern? Das ist ja echt geil. Wir einfach abkommen. Das geht nicht. Mann, ich weiß aber auch nicht, was wir einsammeln müssen. Ey, ich brauch sowas von Heilung. Ich hör was. Das ist aber ein bisschen weiter weg. Gibt's hier vielleicht einen Kellereingang oder sowas? Hallo. Tja, das dachte ich mir auch. Und wo? Oh Gott, der ist das? Ja, auf mir dein Wasser mich abzuspritzen. Dann schürbst du. Oh, oh, oh. Wie geht das? Oh nein. Hör jetzt auf mich. Oh nein. Ich wohne hier. Lasst mich hier in Ruhe. Der Frauen drehen hoch. Lass mich hier in Ruhe jetzt. Nee, jetzt komm ich raus. Oh nein, lauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, was ist denn hier? Scheiße. Jawohl. Nein. Ich bin gefi- Hehehehehehe. Na jetzt gucken wir das. Ne? Nein, Hilfe! Du kommst mit aufs Gebäude! Pippo! Komm mit zu mir! Pippo! Wir gehen jetzt zu mir nach Hause machen Fernsehen! Wir machen Fernsehen abend! Mein' Gestein! Mitten im Leben gucken wir jetzt immer gemeinsam. Nein! Ich will nicht gucken. Du bleibst hier oben. Oh mein Gott. Ich hole jetzt dein Geschwister sehen. Das Leben ist nicht mehr lebenswert! Sonja! Nein, ich will das Leben! Sonja, bist du noch da? Hey, du willst doch nicht einfach abhauen. Du bleibst jetzt schön hier. Wir suchen jetzt deine kleinen Freunde. Okay? Oh nein. Dann will ich mich mit euch mal unterhalten, warum ihr einfach in so mein Haus hier einbricht. Aua, aua. Wo die sich verstecken, deine kleinen Freunde. Nee, jetzt rede ich. Sonja, die lassen dich im Stich. Was sagst du denn? Warum mögen die dich denn nicht? Wegen meiner Stimme. Ist es wegen deiner Stimme? Die Leute sind voreingenommen. Ich dachte, wie es ist. Wenn du mich freilässt, dann könnte ich dir helfen mit deinem Sprachproblem. Ist das wahr? Ja, ich bin nämlich auch Logopäde. Alternativ könnte ich jetzt einfach deine Seele akzeptieren. Ja, aber dann würdest du immer weiter so reden. Und dann endest du wie ich. Alleingelassen wegen der Stimme. Das stimmt, da haben wir wirklich nur Gemeinsamkeit. Pass auf, ich mach mich immer unsichtbar und such mal deine kleinen Freunde. Hä? Sonja, wo bist du hin? Sonja? Auf einmal so ruhig. Okay. Wir müssen jetzt rein und die Ratten töten. Am besten ganz leise. Ah! Aua! Ah! Das lasse ich mir nicht bieten. Wo seid ihr? So! Oh no. Oh no. Jetzt lebt nur noch genug, wa? Wir müssen jetzt runter, die Federn in den Kessel packen. Oh Gott. Oh mein Gott. Ihr müsst jetzt alle runterkommen, sonst können wir das nicht beenden. Oh, schubi-doo. Oh mein Gott, nein, Mädels. Mädels, der Kessel geht. Ihr müsst alle runterkommen. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Also ich weiß gar nicht, dass ihre kleinen Freunde alle tot sind. Sonja, Honeypoo, wir haben's. Ihr müsst nur alle in den Keller kommen. Kno, wir sind tot. Nein! Aber dann kann ich das ja gar nicht ohne euch machen. Hier ist doch wer. Wer versteckt sich hier unten. Hier ist doch wer. Das rieche ich. Nein! Warum riechst du das? Nein! Bleib stehen! Oh Gott, bitte, bitte. Du kleine Scheiße. Willst du noch fett an Scheiße? Nein! So! So! Ah, nein! Das ist knapp! Raus aus meinem Haus! Das ist was so knapp. So! Jetzt erst mal wieder Ruhe in meiner Bilder! Ihr kleinen... Äh... Arschkrampen! Raus aus meinem Haus! Seid ihr alle so, wie es ist! Ihr seid ja auch noch da. Ihr könnt euch auch verziehen. Ist jetzt... Ist jetzt Schluss. Hai?! Ist jetzt bitte. Das ist mein Haus! Ihr seid nach oben!